Der Schatz des Holidays! Naja, ihr habt mir ne Menge Graberei erspart und deshalb bekommt ihr auch eine Belohnung. 2 Gold, du Blone! Moment! Ich bin der Käpt'n dieser Crew! Hier ist ne Kleinigkeit für deine Bemühungen. Gold, 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 gold! Hä? Das ist nur ne kleine Schatzkiste aus Plastik! Plastik! Ei, aber sie sieht genauso aus wie ne echte Schatzkiste.